Leute, willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute habe ich eine Menge Season 22 Leaks für euch. Ich habe 10 Informationen an der Zahl vom Aim Assist Nerf, von einem neuen Vehikel für Season 22 District, Waffen Leaks und eine Menge anderen Kram. Ich würde sagen, wir legen direkt einmal los. Wir haben Gerüchte von Oswald Dator bekommen. Es geht zum einen, und das dürfte der erste Punkt, sollte einen LTM betreffen, der noch in Season 21 ist. Das muss irgendwas mit Void, mit Leere zu tun haben, irgendein Void Event, weil es gibt in den Game Files Sprachaufnahmen oder Voice Lines von Alter, die Waffen pingt und dann eben dazu sagt, a Void Weapon found oder irgend sowas. Also dieses Lot of Weird Weapons being developed probably for LTMs. Das ist dieser Void oder dieses Void Event. Was da genau kommt, was da dahinter steckt, das werden irgendwelche verrückten Fähigkeiten sein, die diese Waffen haben können. Was genau? Leider noch nicht unklar, da gab es aber schon vor längerer Zeit einige Leaks. Punkt 2. Eine extrem krasse Shotgun soll in Bearbeitung sein oder in der Erschaffung. Und zwar soll das eine Long Range Go 4 Headshots Shotgun sein, die in der Entwicklung steht. Was da genau passiert, ebenfalls abzuwarten, aber auch hier, wir kommen langsam an den Punkt, wo die nächste neue Waffe so langsam Zeit wird. Die letzte Waffe ist schon einige Zeit her. Welche war es? Die Nemesis. Wie lange ist die Nemesis schon draußen? Über ein Jahr. Länger, ich glaube ein Jahr und noch eine Season obendrauf, sogar noch länger. Keine Ahnung. Dann gab es vor ewigen Zeiten schon Leaks über die Maelstrom LMG und die Scorpion C-70. Die sollen wohl rausgeflogen sein aus den Gamefiles. Die sollen wohl gar nicht erst kommen. Die Maelstrom LMG war ein leichtes LMG, was aber keinen richtigen Sinn gemacht hat, die überhaupt zu bringen, weil irgendwann wurde die Spitfire von einer schweren Waffe zu einer leichten Waffe und so viel mehr. Die konnte noch irgendwas, die hatte noch irgendeinen Perk. Ich weiß aber nicht mehr, was die konnte. Vor ewigen Zeiten habe ich da auf YouTube schon mal drüber berichtet. Wer übrigens das Video auf TikTok sieht, schaut gerne auf YouTube vorbei und umgedreht würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Ich mache meine News-Update-Videos mittlerweile für YouTube und TikTok. Also auf beiden Plattformen auf jeden Fall vorbeischauen, würde ich mich sehr drüber freuen. Dann ist die Scorpion C-70 ebenfalls wohl aus den Gamefiles verschwunden. Diese Waffe kennt ihr vielleicht auch noch, die geleakten Gameplays. Und zwar ging es da, da war der Platzhalter, die Havoc von der Optik her, die aber mit Pfeilen geschossen hat. Es geht mal davon aus, dass es wohl wahrscheinlich niemals eine Waffe geben wird, die auch mit Pfeilen schießt, wie der Bojack Bow oder wie auch immer man diesen ausspricht. Weil es geht einfach auch um den Loot Pool, eine weitere Munitionsart. Das wird einer der großen Gründe sein, warum der Bogen, um abgesehen davon, dass der sehr, sehr stark ist, ins Care Package gewandert ist. Ansonsten gab es vor einiger Zeit erst ein Leak, gar nicht so lange her eigentlich, also einige Zeit passt da gar nicht, gab es schon mal einen Armbrust-Leak. Ist aber nie wieder was gekommen. Also sollte doch noch eine Armbrust kommen, dann macht es wieder Sinn. Dann haben wir nämlich zwei Waffen, die dann mit Pfeilen schießen können. Aktuell macht es einfach auch keinen Sinn, für eine einzige Waffe den Bogen wieder aus dem Care Package zu nehmen, um sinnlos irgendwo Platz, ich sag mal sinnlos Platz, im Loot Pool zu schaffen, damit wir die Pfeile wieder auf dem Boden finden. Das ist einer der Hauptgründe, warum der überhaupt in den, ins Care Package gewandert ist. Weiter im Thema. Der Aim Assist, da warten ja schon viele, viele auf einen Nerf. Das ist für mich eine ziemlich große Kontroverse. Ich glaube aber tatsächlich, dass das keine Kontroverse zwischen Controllerspielern auf Konsole und PC ist, sondern es geht glaube ich rein um die. Das ist zumindest meine Vermutung, weil ich habe nie was von Konsolenspielern gehört. Es geht glaube ich rein um die PC-Spieler, die mit einem Controller auf PC spielen und nicht um einen Aim Assist-Nerf bei den Konsolenspielern, weil Konsolenspieler spielen immer hauptsächlich gegeneinander, nicht gegen PC-Spieler. Hat also keiner wirklich einen Vorteil oder Nachteil. Gehen wir mal davon aus. Und es wird darüber geschrieben, dass es wohl schrittweise reduziert werden soll. Auch hier hat sich Respawn schon vor Ewigkeiten zu Wort gemeldet und hat auch gesagt, ja da wird was gemacht, da muss was gemacht werden. Das wird aber langsam passieren, weil das ein sehr fragiles System ist, wo man mit wenigen Einstellungen schon eine Menge kaputt machen kann. Weiter im Text. Wir haben ein neues Vehikel, ein neues Fahrzeug, was auf der District Map in Season 22 kommen soll. Geht aber aktuell davon aus, dass es einfach ein Trident mit einem vierten Sitzplatz ist. Denn nach wie vor hoch im Kurs, eigentlich sollte laut Leaks in Season 21 schon der Quartz-Modus kommen. Ob das jetzt ein fester Modus wird, was mit dem Solo-Modus passiert, weil es ist keine Option, den Solo-Modus zu bringen und den Duo-Modus rauszubringen. Da haben viele aber mal ganz, ganz dolle heftig in die Ecke gereiert nach der Information. Weil es bringt nichts, wenn ich einen Solo-Modus bringe und mache den Duo-Modus weg. Wenn, dann muss alles gleichzeitig am Start sein, damit wir wirklich alle Fans verschiedener Modi irgendwie bedienen können. Und der eine nicht sagt, du jetzt ist Duos raus, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist einfach totaler Schwachsinn von Respawn und das darf so einfach meiner Meinung nach nicht passieren. Und genau so könnte es vielleicht mit dem Quartz-Modus kommen. Der Trio-Modus wird nicht rausgehen, weil das eine reine Rank-Geschichte auch ist da. Das wird, na egal. Bleiben wir mal beim Text. Also es wird auf jeden Fall geleakt, ein Trident mit vier Sitzplätzen. Und das soll in Verbindung mit dem Quartz-Modus stehen. Und wenn das natürlich eine feste Geschichte ist, kann es vielleicht sein, dass die neue District-Map ausschließlich für einen Quartz-Modus, wobei das macht auch, eigentlich ist es Quatsch, was ich ja gerade erzähle, ist nur eine Vermutung. Aber es soll auf jeden Fall ein Trident mit einem Sitzplatz mehr kommen. Und eventuell kann es sein, dass diese Tridents auch mit Waffen ausgestattet sind, dass die wie so eine Art Waffenhalter, Waffenständer dran haben, wo man auch noch Waffen finden kann. Also laut Leaks macht es Sinn, dass der Quartz-Modus kommt. Ob der jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Könnte sicherlich lustig werden, aber mit den gesamten Legenden zusammen gibt es schon ein paar coole Kombinationen, aber es könnte auch ziemlich belastend werden. Weiter geht's. In Season 21 sollten die Akimbo-Waffen kommen sollen, wo jetzt final tatsächlich in Season 22 kommen. Und es gibt jetzt eine Funktionsweise, die geleakt wurde. Und auch hier fliegt wieder eine Waffe raus, die geleakt wurde, nämlich die Phanatic Pistol. Ich spare mir sämtliche geleakte Gameplays, die hier schon über zwei, drei Jahre alt sind. Die Akimbo-Waffen sollen wie folgt funktionieren. Zum einen ist es die P2020 und die Mosambik, die als Akimbo findbar sind. Es wird aber so sein, dass du die nicht als Akimbo-Waffen findest, sondern du brauchst erst eine P20 und dann brauchst du noch eine zweite P20, die du findest. Und genauso auch mit der Mosambik. Und natürlich kannst du wahrscheinlich, gehe ich davon aus, nicht eine P20 und eine Mosambik gleichzeitig tragen als Akimbo. Ich glaube nicht, dass man das mischen kann. Es soll dann wohl so sein, wenn du die P2020 zum Beispiel mit einem blauen Mac findest oder mit irgendwelchen Aufsätzen ausgestattet hast, dann fliegen die, wenn du die nächste P2020 findest und möchtest die als Akimbo auswählen. Dann fliegen wohl die Aufsätze runter und du hast die nackig. Einfach so in der Hand. Und Gerüchte sagen, dass es eventuell sein kann, dass man danach nachträglich wieder Hop-Ups drauf machen kann. Macht für mich keinen Sinn, weil wenn die Hop-Ups runterfliegen, fliegen sie wahrscheinlich auf den Boden, dann kannst du sie wieder ausrüsten. Macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Und im Gegenzug, weil das ja doch schon recht mächtig klingt, weil auch jemand, der mit einer Mosambik gut umgehen kann, der wird mit einer Akimbo-Mosambik richtig zerreißen. Und genau deswegen wird es so sein, wenn du dann beide Waffen in der Hand hast, dass die Feuerrate niedriger ist, der Damage weniger ist. Und wie gesagt, mit den Hop-Ups muss man abwarten. Die Fnatic-Pistol kennt ihr vielleicht auch noch, geleaktes Gameplay sah optisch aus, waren auch nur Platzhalter von der P2020, hattest du. Das waren nämlich die ersten geleakten Gameplays als Akimbo-Waffe überhaupt. Eine Energiepistole in beiden Händen und du konntest eben Einzelschuss machen oder du konntest auch die Schüsse aufladen. Und die haben dann richtig Action gemacht. Du konntest beide gleichzeitig aufladen oder getrennt aufladen. Diese Waffe ist jetzt auch aus den Gamefiles verschwunden und soll, Achtung, haltet euch fest, das finde ich richtig, richtig geil. Die soll als eine Art Hop-Up funktionieren bei der P2020. Wenn du quasi diesen Hop-Up für die P2020 findest, musst du wahrscheinlich auch beide wieder als Akimbo am Start haben, knallst du diesen Fnatic-Pistol-Hop-Up drauf und schon funktioniert sie als die Fnatic-Pistol mit dem geleakten Gameplay. Dann brauchst du Energie-Munition und dann kannst du die Schüsse aufladen und so weiter und so fort. Das ist richtig geil. Ist auf jeden Fall eine coole Idee und bringt auf jeden Fall den Loot-Pool nicht zum Überschwappen, weil Respawn immer daran ist, irgendwie den Loot-Pool so klein wie möglich zu halten. Wir merken es ja jetzt schon, dass wir geliebte Waffen manchmal ein, zwei Stunden gar nicht finden. Das geht mir ganz oft so oder in manchen Runden findest du auch keine Visier, wo du dir denkst, Mensch, was ist da los? Deswegen ist das nicht schlecht, wenn es nicht zu viel wird. Das sehe ich aber mit dem Legenden genauso. Mittlerweile weiß man doch gar nicht mehr, welche Legenden man noch spielen soll. Das ist aber nur meine eigene Meinung. So, weiter im Text. Eine Legende ist in der Mache, das kann auch sein, dass es eine taktische oder eine Fähigkeitenüberarbeitung der Support-Legenden ist. Das ist noch nicht ganz klar, aber geht man davon aus, dass es die nächste Legende sein wird. Artemis wird sie wahrscheinlich heißen und hat eine taktische Fähigkeit, die extrem krass klingt. Also hier steht, dass die taktische auf der Basis eines Phoenix Kids funktioniert und dieses AOE, was ihr da unten auf Nummer 9 seht, das heißt Area of Effect, was für mich heißt, in einem kleinen Wirkungsbereich knallst du dir diese taktische Fähigkeit rein und jeder, der in diesem Wirkungsbereich ist, hat dann Heilung auf Schild und auf Lebenspunkte. So klingt das für mich. Ob das jetzt für die nächste Legende Artemis nun eine taktische Fähigkeit ist, weil für eine taktische klingt es ziemlich, ziemlich stark. Ob das per Tastendruck sofort eine Sofortheilung bewirkt oder eben so lange dauert, wahrscheinlich wird es wirklich so lange dauern wie ein Phoenix Kid, aber es werden halt alle in diesem Bereich geheilt. Das stelle ich mir schon echt extrem heftig vor. Deswegen glaube ich, dass es eine legendenspezifische Fähigkeit sein wird und keine überarbeitete Supporter-Legenden-Fähigkeit. Dann haben wir, und das ist auch ein Gerücht, das könnte kommen, muss aber auch nicht so sein, das kann auch in weiter Ferne sein, deswegen sagte ich auch Season 22 und darüber hinaus News, ein Lore-Game-Mode featuring Titans. Das heißt, hatten wir jetzt vor wie vielen Seasons war das mit Revenant und Loba die Storys, wo wir verschiedene Abschnitte mit Loba spielen konnten, so eine Art Labyrinth-Zeugs mit irgendwelchen Mechaniken. Das war richtig geil. Luis Bonn hat versprochen, dass davon mehr kommt. Rechnet man damit, dass wir sowas einmal im Jahr immer bekommen mit einer speziellen Legende oder zwei Legenden im Mittelpunkt, wie es mit Loba und Revenant der Fall ist. Hier soll ja die nächste große Überarbeitung in Season 23 kommen mit Lifeline. Sie soll ja ein komplett neues Rework bekommen mit neuen Fähigkeiten, die auch mittlerweile schon bekannt sind. Ich habe noch nicht drüber berichtet, obwohl die Leaks auch schon wieder ein, zwei Wochen alt sind. Werde ich mal noch nachreichen, weil die Fähigkeiten für Lifeline echt sehr, sehr interessant klingen. So wie sie dann kommen soll. Und da ist es auf jeden Fall noch eine spiegelbarere Legende, als sie es eh schon ist. Auf jeden Fall einen Story-Modus, den wir wieder zocken können, ähnlich wie Loba und Revenant, wie ich schon sagte, der aber mit Titans übersät ist. Also irgendwas, eine Mischung aus Apex und Titanfall halt. Wie genau, was genau, müssen wir mal sehen. Vielleicht wird das einfach lore-technisch einfach so ein bisschen zusammengefügt, müssen wir mal schauen. Und als allerletztes, und das finde ich richtig geil, ein LTM, der sehr, sehr ähnlich dem Dummies Big Day nur ein wenig geupdatet soll kommen. War das jetzt ein vernünftiger Satz? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe jetzt so viel gequatscht in 13 Minuten. Auf jeden Fall, Dummies Big Day, es war einer meiner Lieblings-Modi im Grand Soiree-Event in, Gott, welche Season waren das? Vier, fünf, sechs, irgendwie sowas. Da gab es sieben verschiedene Spiel-Modi auf zwei Wochen aller zwei Tage. Davon haben, glaube ich, ein, zwei Modi gar nicht erst funktioniert. Und Dummies Big Day war einfach so, dass du selber aussiehst wie so ein Dummy aus dem Trainingsgeländer. Jeder hatte dieselbe Hitbox, wer diesen Modus nie gespielt hat. Jeder hatte wirklich eins zu eins dieselbe Hitbox. Du hattest keinen mega massiven Gibby-Caustic oder so, oder eine kleine, schmale Wraith. Alle hatten dieselbe Hitbox und jeder quasi dieselben Voraussetzungen für den Fight. Und deine Fähigkeiten waren, glaube ich, taktisch. Hast du entweder zufällige Sachen gedroppt, irgendwelche speziellen Aufsätze zufällig für deine Waffe. Oder mit einer ultimativen Fähigkeit, ich weiß es gar nicht mehr, ist zu lange her. Aber dieser Modus war einer der geilsten und beliebtesten Modi überhaupt, seitdem es Apex Legends gibt, seit nun fast fünfeinhalb Jahren. Leute, ich bin durch mit allem. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich werde die ganzen einzelnen Informationen auch nochmal nicht wundern. Schritt für Schritt einzeln in den nächsten Tagen als Short nochmal extra aus dem Video rausziehen und nochmal extra veröffentlichen, um noch ein bisschen mehr Schwung auf meinem Kanal zu bringen. Ein bisschen Abwechslung, wer es mitbekommen hat. Ich mache jetzt auch aktiver wieder Short-Videos. Schaut da auch gerne vorbei. Dort aber hauptsächlich eigentlich so ein paar geile Clips aus dem Internet. Lustige Livestream-Clips, die nicht von mir sind, sondern einfach von verschiedenen Kanälen mit echt extrem interessanten Sachen. Oder auch Zeugs, was du aus dem Internet bestellen kannst, wie zum Beispiel eine Gasfalle in echt aus einem 3D-Drucker oder so eine Schildzelle und so weiter. Gibt es so viele lustige Sachen. Also wer Bock hat, da mal mehr zu sehen, das meiste davon lade ich auf TikTok hoch. Hier und da auch immer nochmal was als Short auf YouTube, damit ich einfach ein bisschen präsenter bin. Das war es jetzt aber dann wirklich mal von mir. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu sagen habt zu diesen XXL-News. Das war es jetzt von mir. Ich bin raus für heute, haut rein, ciao.